Hi Leutchen und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Quoji und wir reisen jetzt zum ewigen Strom. Ich bin gespannt, was uns da erwartet und hoffe, dass ich nicht gleich beim ersten Mal scheitern werde, sondern das ganze schaffe. Würde mich ein bisschen freuen. So, und da sind wir. Hey, ist das nicht? Dort haben wir den Zora Magdaros aufs Meer hinausgeleitet. Genau. Los, folgt mir. Moment. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin der Admin. Ich habe bei der Kommission das Saaten. Die alltäglichen Dinge überlasse ich natürlich dem Kommandanten. Ich bin nämlich gerne flexibel. Jedenfalls habe ich dieses Monster gejagt, als ich auf diesen Ort gestoßen bin, den ich euch zeigen werde. Welches Monster? Den Nergigante. Nachdem der Zora Magdaros ins Meer verschwand, war auch der Nergigante nicht mehr zu sehen. Also entschloss ich mich, ihn zu finden. Und das führte mich hierher. In eine Öffnung in der Erde, die wahrscheinlich der Zora verursacht hat. Und der Nergigante? Der kann nicht weit sein. Davon bin ich überzeugt. Yeah! Ja! Er sagt ja, er meint eigentlich beilen wir uns. Weiß gar nicht wie groß das Gebiet in Summe ist. Wow! Was für ein fantastischer Ort! Das ist unglaublich! Man spürt es in den Kuchen, nicht wahr? Etwas rührt sich da. Das liegt daran, dass im ewigen Strom unglaubliche Mengen an Energie pulsieren. All diese wahnsinnig zähen Monster, mit denen ihr gekämpft habt? Die müssen aus dem Inneren gekommen sein. Warum? Was ist da? Ihr werdet sehen. Der Zora hat etwas bei seinem Besuch der Neuen Welt verärgert. Etwas tief im Inneren. Es hat uns zur Neuen Welt gebracht. Und den Nergigante auch. Jetzt finden wir heraus, womit wir es zu tun haben. Haltet euch bereit. Gleich geht es ganz schnell. Jawohl, Sir! Ich mag nicht weitergehen. Wir sind fast da. Den Stick, äh, halte ich mir gleich weit reingedrückt beim Laufen. Ich weiß nicht, warum man nicht mehr rennt und manchmal auch nicht. Wer los! Nervt nicht rum, ich hole die Pflanze. Brauchen wir wahrscheinlich. Okay, und jetzt? Gehe ich weiter? Quatsche ich den an? Oh, das macht mich weich. Wohin denn? Hier? Hier ist das X. Hm. Okay. Oh, schön sieht schon aus. Das Mal. Ja. Unglaublich, oder? Ja. Hier gibt's so viele von diesen Kristallen, dass man geradezu über sie stolpert. Einige von denen sind riesig. Wie entstehen sie? Absolut keine Ahnung. Aber ich sag dir was. Dieser Ort knistert vor Bioenergie. Und das bedeutet, dass die Monster hier alle härter als Nova-Kristalle sind. Admiral, eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Und zwar? Warum hat der Sura Magdaros einen Tunnel hierher gegraben, statt einfach im Tal zu sterben? Hat ihn irgendetwas hergelockt? Wer weiß, Kleine. Aber einen Anhaltspunkt haben wir. Der Nergigante. Sie haben recht. Der Nergigante und der Sura Magdaros. Wir haben sie immer zusammen gesehen. Er muss einen Grund gehabt haben, herzukommen. Ja, und nicht nur er. Fakt ist, dass sich hier drin viele mächtige Monster verkrochen haben. Wir müssen sie nacheinander aufspüren. Und vielleicht ergibt sich dann ein Muster. Stimmt. Klar stimmt das. Los, macht euch bereit. Hm. Jetzt erzählen sie wieder nicht. Wachen wieder mit dem Mund und zum Text ergibt es überhaupt keinen Sinn. Total easy. Jetzt ergibt alles Sinn. Halt auf. Ihr habt Monster zu jagen. Hier gibt es ja tatsächlich irgendwas zu sammeln. Hier gehen wir zuerst in die Höhle, oder? Ach komm, was soll's. Was ist denn da unten? Was bist du? Oh, da sind was blaues und blaues. Woher kommen die kleinen Viecher? Was sind das für welche? Ist das? Nein, das ist doch was anderes, oder? Ich habe keine Ahnung, ob das da ist oder was anderes. Ah, okay, was anderes. Oh, Gottes Willen, ich komme so klein vor und unbedeutend. Oh, komm, mach weg. Wow, wir haben uns einfach nur mitgeschliffen und wir haben schon ein Stück weit Energie verloren. Ich frage mich, wie ich an die rankommen soll, wenn der mal so weg rennt. Oh, komm, weg. Ehrlich, wie der Monster, was nicht 5 Meter größer ist als ich. Den ich auch mal in die Augen gucken kann, wenn ich sie besiegen möchte. Wobei, ach, das Fröhnen mag ich immer nicht. Oh, what the? Schön, haben wir es nochmal erwischt. Ah, das war es falscher. Aus irgendeinem Grund dachte ich, das ist für Gift. Au. Oh, Gottes Willen. Oh, Gott, das will. Oh, Gott, das will. Hoffentlich kommt er nicht bis hier hinter. Also mit seinen Sprucken. Wenn er so hergelaufen kommt, dann kann das durchaus passieren. Aber doch nicht dann. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Autsch, was war das jetzt? Kommt, klein Viecher, macht mit, helft mir, wir schaffen ihn gemeinsam. Sieht ihr alle Monster? Na, sieht gerade wieder ungünstig. Und jetzt ehrlich, ich habe ihn da ein bisschen mehr versprochen, als da schon ein Explosionskristall. Also, ein bisschen vorne. Oh, weg. Oh, ein Schwanz kürzer. Oh, die habe ich schon mal gebracht. Der ist alt. Also, das Untersuchen mache ich später. Ich habe gerade so ein bisschen so ein kleines Problemchen. Oh. 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 Wer helfen die mir oder nerven die nur? Okay, es ist amtlich die Nerven nur. Das haben sie nun davon, wenn sie sich einfach mal so einmischen. Hm? Boah. Leute. Na, wo sind sie denn? Also, wo ist er denn? Also, wo ist er denn? Oh, was rotes? Ja, greift mich an. Da ist ein riesengroßes Monster und er greift die kleinen, verputzten liegen Menschen an. Mach sie fertig. Los. Komm. Bring ihn um. Bring sie um. Was ist denn der Merger? Ich dachte, wir helfen uns, wir kleine Hobbits. Oh Gott. Jetzt würde ich die nur stünde rum und treffe mir gar nichts. Jetzt platzt der. Oh, oh. Das ist sehr ungünstig. Ach, so ein Charles. Wir nehmen das mal mit, weil es gerade so rumliegt. Die haben ganz schön genervt. Ein bisschen weniger Nervigkeit, dann hätten wir es wunderbar geschafft. Aber nein. Was ist denn das da hinten? So, da hinten ist noch was rotes. Nehmen wir auch gleich alles mal mit. Komme ich denn hier durch? Ne, bringt auch nichts. Ach, na komm. Ach, das ist einfach nur Lava. Apropos. Ich wollte ja was trinken. Ich hoffe, das ist da hinten. Was ist mit dem wir uns wieder unsere Tränke auffüllen können? Ich glaube aber nicht. Nein, das war es nicht. Mann, diese Hitze ist nicht auszuhalten. Setze ein Kaltgetränk ein, um die Hitze abzuwehren. Woher habe ich denn jetzt ein Kaltgetränk? Habe ich ein Kaltgetränk? Ich habe Gegengift, Gesundheitsmooster, Fleisch, 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 Sprint, Grillspieß und ich kann Steinmetzen und Megatrank. Achso, oh, die Hitze schadet mir mehr. Woher nehme ich jetzt ein Kaltgetränk? Oh, wie wunderbar. Ich muss mal kurz hier hoch. Habe ich jetzt die Apps? Okay, was ist das hier? Na, hier ist es gerade wieder nicht. Herstellungsliste. Kaltgetränk. Sollte man meinen, dass ich es finde. Spontan, aber nein. Nein. Ich sehe es nicht. Hm. Nein, auch hier nicht. Und auch da nicht. So ein Mist. So ein Mist. Komm hoch, meine. Hau ab. Alter. Mach doch mal ein bisschen mit. Ja. Da war es schüchtern. Das kleine, niedliche. Vielleicht kriegen wir ja so tot. Also es dauert extrem lange. Oh, da war ich schon mal drauf. Hau doch nicht ab, wenn ich es gerade sehe, wenn ich haue. Oh. Woher ist das denn bitteschön? Na ja. Ach, die. Schon das zweite. Ich bin irgendwo drauf gestanden. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert. Ich bleib mal kurz hier oben ein Stückchen stehen, bis sich das wieder auffüllt. Wobei das langweilig ist. Wir gucken uns doch mal ein Stück weit um und darin die Kleintiere rum. Da sind die schon wieder da. Komm, ich will dich doch nur besiegen. Nicht mehr. Na komm mal her, du kleine Racker. Na komm mal her. Ja, wer ist mein Feiner? Na, du bist der Feiner. Ja, du. Ach, ganz Feiner. Also müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie mal ein Kaltgetränk uns zugute führen. Und das damit machen. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Oh, das war aber arschig. Macher. Was das soll? Na gut, ich glaube am Endeffekt war es vielleicht nicht mal so ungünstig. Autsch. Das tat jetzt aber extrem. Nein, echt Vogel. Was machst du mit mir? Oh, oh, das ist doof. Ich hasse die Vogelfiecher. Jetzt. Katze. Mach was. Das würdest du mich veralbern? Jetzt hau ab, du Mistvieh. Da kämpfen wir alle gemeinsam gegen so ein großes Vieh aus. Also der Vogel, der greift mich wieder an. Mhm. Ich stehe ein Stück daneben, aber ist egal, mach nur weiter. Ich bringe Schleulebomben gegen ein Tier, was gegen Feuer so bisher austeilt. Ach, es waren nur drei. Schade. Also immer klappt es nicht. Du dummes Kind. Verzeihung, ich dummes Kind. Wollte ich nicht so sagen. Du dummes, böses Vieh. Oh, da liegt noch was. Ach, die Steine. Komm, du musst doch mal gehen, dass wir den kaputt machen. Ich wollte gerade wieder überlegen, was ich weggeschmissen habe. Und dann fällt mir ein. Oh, das war der Stein. Also fau dich nochmal. Oh toll, ich bin weggerannt. Nein, wir haben es doch wieder. Sehr schön, wäre echt peinlich geworden. Komm, gemein wie ich bin, treibe ich dich von der Seite aus an und von hinten. Okay. Come on. Kannst du nicht bleiben und bitte umkippen Würde mich echt riesig freuen Oh, der ist tot. Einwand frei hier. Ich habe mal Monster besiegt und bin nicht 50 mal vorher grauen gegangen. Oh, das freut mich ein bisschen. Und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen schneller sein und das noch ein bisschen weiter suchen. Da haben wir gerade etwas Zeit verloren. Alter Vogel, kriegst du es nur gebacken, um einfach mal nicht rumzunerven. Wo waren wieder die Kristallbomben? Ich habe sie gerade gesehen, aber ich habe gerade keine Ahnung, wo ich sie aufgenommen habe. Okay. Wir suchen schnell alles weiter. Nee, hier hinweg. Willst du mich veralbern? Also hier und die Reihe. Echt hervorgemacht, einem total fertig. Total fertig. Ach, ich freue mich. Riesig und... Noch ein Ast-Augenring. Hallo. Kann ich jetzt irgendwo runterspringen? Sieht nicht so aus. Wie komme ich jetzt wieder weg von hier? Oh, ich finde es nicht. Okay, machen wir so rum. Oh, hier gibt es Honig. Warum das denn bitteschön? Ich weiß nicht, war ich hier schon mal? Hier gibt es Lava. Hier gibt es Lava. Also vorsichtig heiß. Noch ein Monster. Und das hätte mal ins Auge gehen können. Ach, hier ist es wieder total heiß. Ich glaube, wir waren... Nee, wir waren vorher nicht. Was bist du denn da? Sind das kleine Viecher, die mir wehtun wollen? Oh, was badet da denn? Ja, geh näher rein. Guck rein. Oh, na, weg davon, dass das Tierchen bestimmt riesig groß ist. Es ist hier sehr heiß. Und wir verdienen alleine schon Lebensenergie dadurch, dass wir rum... ...laufen. Wie weit folgt denn das ins Innere? Boah, was bist du denn jetzt eigentlich? Nein, ehrlich, was seid ihr denn für Tierchen? Ist das ein Tier? Ach, das kann laufen. Oh, ist das ungünstig. Ja, mir fehlt grad nichts besseres ein. Ja, ich wollte nicht, aber... Oh, hör auf mich da irgendwo reinzustupfen. Ich müsste vielleicht mal kurz zum Gesundheitsfuster... Und mein... Oh, da wollten wir aber grad einen am Arsch... ...stupsen. Vielen Dank an die freundlichen Katzen. Ist das was Neues? Und da haben wir das schon mal gehabt. Nö, das ist was Neues. Sehr schön. Dann nehmen wir das natürlich sehr gerne mit. Und sammeln uns den Rückenpanzer. Das kleine Schichten davon lasse ich mal... ...leben. Und wir gucken uns einfach noch hier ein bisschen um... ...und finden vielleicht mal das ein oder andere. Was bist du für eins? Ach, die kriege ich wieder nicht weg. Wir brauchen nicht mehr viel. Äh, ich hab ein bisschen Angst. Und sie sagen immer großen Respekt für die großen Tiere. Hier. Ich dachte, ich kann nicht springen runter. Ne, das fragen wir auch nicht. Ich bin grad ein bisschen... ...keine Ahnung wo ich hin will. Oh, das ist... ...ich hab ich unbedingt da irgendwas, was mich kühlt. Okay. Auch nochmal ein großer Vorspruch. Ach, hab ich noch sieben. Ich glaube, hier ist wieder etwas wärmer. Kann aber auch täuschen, oder wird die grüne Balken mehr? Na? Ach, der wird mehr... Hat aber auch immer sehr schönes Kleid, da noch. Okay. Gucken wir noch mal kurz nach dem hier, was das für welches ist. Da. Jetzt haben wir ja eh ein paar mehr ein. Oh, das war aber gerade... Hattest du mit denen zu tun gehabt, der Turm, was wir abgebaut haben oder warum kam das dazu? Ich weiß es nicht. Was bist du? Okay. Ich muss unbedingt mal mein Beutelchen ausräumen, so dass wir dann wieder sammeln können. Da ist echt schon ein bisschen Kram drin. Wobei ich mir überlegen musste, nehme ich das mit, brauche ich das? Aber da denke ich, ja Mensch, das ist mal der Scheiß. Natürlich brauche ich den. Sind das Dinger, die bumm machen oder Dinge, die ich einsammeln kann? Aber ich glaube, die Dinger schaden mir eher, als dass sie mir irgendwie helfen. Warum habe ich nicht so einen geilen Scheiß? Okay, wir haben glaube ich alle gefunden. Ich habe jetzt aber nicht so... Der ist riesig. Guckt euch den mal an. Den jagen wir bestimmt noch ein anderes Mal. Ich gehe erst mal, mache erst mal das, was ich gerade für das Richtige halte und suche das weiter. Weil ich nicht weiß. Könnt ihr gerne in die Kommentare hauen. Aber ich will es nicht gleich versauen. Die muss ich bestimmt eh gleich nochmal alle erjagen. Und da will ich dem nicht schon vorweg greifen. Was? Oh, jetzt habe ich dich nicht so. Sonst würdest du ewig lang irgendwo runter. Und jetzt hältst du dich wieder zündlos fest. Oh mein Gott. Wir lassen es liegen. Waren wir schon mal hier hinten? Doch, wir waren schon mal hier hinten. Weil das haben wir schon mal abgebaut. Und da kam ich wieder hin und dachte, oh mein Gott, wie mache ich es? Und damit nicht. Okay, packen wir wieder weg. Falsche Taste, ich habe sie nicht gedrückt. Und... Gucken wir mal kurz wieder hier unten lang. Hier wird es wieder heiß. Aber hier geht es nicht lang. Ich weiß nicht, wo ich lang wollte. Gucken wir nochmal kurz hier lang. Aber auch da ist nicht besonders viel los. Oh, hier war irgendwas. Äh, den hatten wir gerade eben schon mal getroffen. Oder? Ich dächte schon. Ich will jetzt auch nicht gerade alle besiegen, weil ich glaube, das wird mir jetzt nicht so gut ausgehen. Oh mein Gott, ich werde von riesengroßes Monster besucht und sammle stundenlang meine kleine Probe. Geht er wieder zurück? Weiche. Weiche Eier. Flasche. Nein, muss man mal sagen, das war echt traurig, dass der aufgeht. Ich müsste mich natürlich hier unten noch ein bisschen umgucken, denn oben habe ich nicht mehr viel entdeckt. Achso, das sind die kleinen. Ach, das Vieh fliegt ja. Ach, da war es ja wieder. Meine kleinen Probleme. Fliegende Monster. Und? Äh, komm, mach dich hoch. Wow, er ist auch da. Wer bist du? Ah, das stimmt, du bist das viel von gerade eben. Ich hau das mal kurz hier rein. Um da einfach mal ein bisschen Lebensenergie wieder aufzubauen. Kämpfen die beide miteinander. Nein, auf die kann man sich auch nicht mehr verlassen. Vielen Dank, kleinen unnützen Monster. Wir gehen nach hier unten und ich habe gerade so richtig keinen Plan, wo ich das finden soll, was ich denn suche. Ich gehe jetzt mal nach da in der Hoffnung, dass ich hier noch nicht war. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Sachen mache. Da gab es noch andere Sachen, die ich einsammel... Ja, ich werde von der Fliege angegriffen. Da gab es noch andere Sachen, die ich einsammeln konnte. Wohin ich einfach nicht so richtig weiß, was ich mit denen mache. Ja, damit kann ich leben, bin ja auch schon längst weg. So, Honig haben wir auch gesammelt und ich glaube wir brauchen noch eins, um den der Giganta, ich hoffe, er hat sich ausgesprochen, zu finden. Ah, da war ich da, Sprachfehler, zu finden. Ist die Katze weg? Ah, da ist die andere noch. Schön. Ich dachte schon, ich bin alleine. Und ich würde meinen, dass ich hier schon mal langgeflitzt bin. Doch, hier bin ich gerade eben langgekommen. Ich weiß nicht, muss ich jetzt doch gegen so ein Vieh kämpfen? Irgendwie passiert nicht mehr. Sind das mehrere? Wie viele Monster laufen hier denn jetzt eigentlich rum? Okay, ich suche... Oh, das ist auch noch weit. Es geht noch hier und da und hast du nicht gesehen. Und ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich suche. Achso, das ist Felsen, der wackelt. Ja, nützt mir aber gerade nicht viel. Macht auch ziemlich herzliche Flecken. Ich gehe davon aus, dass ich von hier gekommen bin. Hier sind so die kleinen Lebewesen. Das ist auch nichts, was ich brauche. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehen soll. Aber ich glaube, das kann ich... Ja, bedenkenlos einsammeln. Sehr gut. Ich brauche noch irgendetwas... Oh, herrlich, hoffentlich ist es das. Warum war denn der Gigante hier? Nun ja, wichtig ist, dass wir ihm auf der Spur sind. So. Wir reisen jetzt zurück. Haben soweit alles mal gesehen. Jedes Monster mal uns angeguckt. Und gucken mal, was es denn hier Neues gibt. Und lassen die anderen Monster erstmal in Ruhe. Handelshof? Schmiedeversammlungsstelle, glaube ich. Haben ja viel gesehen jetzt. Mal gucken, wenn wir die Monster dann einzeln alle jagen. Das wird bestimmt bald passieren. Aber ich glaube, wir hätten eigentlich noch ein bisschen was machen können. Wir hatten eine Katze und unendlich viele Versuche. Die wären, glaube ich, eher abgehauen, als dass wir sie getötet hätten. Aber, ja, die finden wir doch mal. Und dann können wir vielleicht auch irgendwas finden, was uns ein bisschen kühlt. Damit wir sie besser bekämpfen können. Schmiedehandelshof doch. Hör, mehr zu. Du schaffst das! Wir müssen die Fährte des Nährgiganten noch genauer untersuchen. Wir haben noch nicht genug Daten. Ja, aber das Ganze machen wir ein anderes Mal. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir können mal kurz mit denen hier reden. Mal fragen, was er so auf dem Herzen hat. Hallo, werte Mann! Okay. Achso, den würde ich haben. Schon die heutige Ware gesehen? Nee! Was hast du denn Schönes für mich? Okay, komm, wir kaufen alles. Wir haben es ja. Eigentlich nicht, aber... Und los! Schlitz wieder! Kauf meiner! So! Liebe Freunde! Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich guck mal kurz, was wir missionsmäßig so zu tun haben. Könnte mich gerne noch begleiten. Das kurze Stückchen. Wir haben noch ein paar... Was? So viel. Erjagen. Erjagen. Oh, das gehe ich hin. Das schaffe ich auch. Und das geht auch. Was haben wir hier? Echt? Auch so viel? Also wie ihr seht, wir haben in der nächsten Zeit wirklich sehr viel zu tun. Wir haben wir erjagen, 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 erjagen. Also, das hört nicht auf. Also. Ordentlich was zu tun, wo wir noch ein bisschen Zeit verbringen können. Und ja. Noch ordentlich Ressourcen sammeln. War das echt so viele Missionen auf der Ebene? Krass, wo war ich denn die ganze Zeit? Ach nein, das sind nur zwei Seiten. Ui, peinlich. Da ist nur eine Seite. Wollte eigentlich gucken, was da hinten, ob das irgendwie Buchmarks sind, aber... Keine Ahnung. Also, liebe Freunde. Wie ihr seht, wir haben noch richtig viel zu tun. Und wir haben da auch jede Menge zu tun beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Dürft ihr gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert und ganz viele Däumchen hinterlasst. In diesem Sinne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Coachy. Bye.